Servus Leute und herzlich willkommen zu der siebten Folge von KeineGudeFrage.net Jeden Dienstag kommt eine neue Folge KeineGudeFrage.net Die Playlist von diesem Format findet ihr in der Beschreibung Und dieses Format werde ich auch erstmal versuchen so beizubehalten Allerdings gibt es da ein Aber Ich kann euch nicht garantieren, dass es die nächsten Wochen Donnerstag und Samstag auch Videos geben wird Wie es im Uploadplan festgelegt ist Das heißt jetzt aber nicht, dass nur ein Video die Woche kommt Das heißt, es können trotzdem auch drei Videos oder zwei Videos kommen Aber es ist eben nichts festgelegt Und ich will euch einfach nur Bescheid sagen Nicht, dass ihr dann euch am Samstag fragt Warum kam jetzt am Donnerstag kein Video und warum kommt heute kein Video Einfach bloß, dass ihr Bescheid wisst Ich glaube, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit, um nachzudenken Wenn ihr irgendwas am Herzen liegen habt, was ihr mir schon immer schreiben wolltet Aber nicht wusstet, wo Weil es euch hier in den Kommentaren vielleicht doch ein bisschen zu öffentlich ist Und das weiß ja nicht jeder, wie man eine private YouTube-Nachricht schickt Dann schreibt mir gerne eine Mail an die folgende E-Mail Mining.Tube at Gmx.de Ich schreibe es euch auch nochmal in die Beschreibung Das wäre eine Sache, über die ich mich noch mehr freue, als über eure Kommentare Also falls irgendwer eine Idee hat, was er mir schreiben könnte Und sich die Zeit nehmen möchte Dankeschön Also sorry für den langen Anfang, der eigentlich gar nichts mit dem Format zu tun hat Dafür geht es jetzt erstmal los mit einer richtig durchgebrannten Frage Wenn man die Pizza im Ofen vergisst, nachts, man neben der Küche schläft, alle Fenster sind unten, ist die Chance hoch, dass man im Schlaf sterben wird oder wacht man davor auf? Moment, die Fenster sind unten? Und auf einen Lappen kommt, der auf den Boden gefallen ist Der Lappen fängt Feuer, doch das Feuer wird die Küchenrolle auf einen Besen fallen, der genau an der Tür steht Der aufprall des Besen in dem Flur lässt eine Schraube vom Wandschrank, die schon länger locker ist, komplett den Geist aufgeben und das Regal kracht mit einem Werkzeugkasten, der drauf stand auf dem Boden Im Werkzeugkasten befindet sich ein Tacker, der ausgelöst wird Die geschossene Klammer aus dem Tacker fliegt genau durch das Schlüsselloch von deiner Tür direkt in einen Steckdosenadapter, der daraufhin kurz schließt Durch den Kurzschluss springen Funken auf ein Taschentuch, das du neben deinem Bett liegen hast Das Taschentuch zündet einen Teppich an Der Teppich, die Gardinen, die Gardinenhalterung schmilzt, da sie aus Plastik ist und bricht Richtung Mitte des Raumes, wo deine Zimmerlampe ist Durch die Kombination von dem Schwung und den einzelnen brennenden Stellen an der Stange wird das Kabel von deiner Lampe, die an der Decke hängt, auch angezündet Ein weiterer Kurzschluss hat zur Folge, dass die Lampe zerplatzt und die Splitter der Lampe deine Augen durchbohren Lauter Panik stehst du auf, hältst deine Augen fest und trittst auf den geschmolzenen vorigen Boden herumtrampelnd in Hysterie, öffnest du die Tür zum Flur, machst zwei Schritte und rutscht auf dem zuvor gefallenen Werkzeugkasten aus Fällst auf den Boden und beim Fallen rammst du dir einen spitzen Schraubenzieher, dein linkes Auge nebenbei wirst du natürlich vom Feuer verbrannt Das Schlimme ist, dass man niemals genau wissen wird, wie du wirklich gestorben bist Na auf die Geschichte erstmal, gute Nacht Bekommen hässliche Jungs auch eine Freundin, die gut aussieht? Weil es gibt einige Mädchen, die zu mir sagen, ich werde nicht hässlich und nicht hübsch Okay, da hast du auf jeden Fall knallharte Mädchen getroffen Und das sagen viele, ich will ja unbedingt eine Freundin, die etwas gut aussieht Und nein, Aussehen ist mir nicht das Wichtigste im Leben, sondern Charakter, natürlich Und deswegen habe ich eine Umfrage gemacht, ob hässliche Jungs eine Chance bekommen Nee, dann ist das tut mir jetzt echt leid, aber es passen leider nur hübsche Mädels mit hübschen Jungs zusammen und hässliche Mädels mit hässlichen Jungs Alles andere wäre ein Glitsch in der Matrix Mensch, nächste Woche Abi und noch nichts gelernt, was tun? Also ich habe da einen Tipp, ab in den Urlaub Also, was ist das? Junge, hättest du mal lieber die Zeit, die du jetzt da reingeschickt hast, die Frage hier zu formulieren auf gutefrage.net Ins Lernen investiert, da wäre es ja besser aufgehoben Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich so eine Frage vielleicht auch stellen würde Ich hatte halt noch nie eine Katze, also ich habe da noch nie Erfahrung mitgemacht Aber eine Katze leckt sich ja die ganze Zeit mit ihrem Speichel ab Und wenn man sie dann anlangt, hat man auch den Speichel an der Hand Aber ich habe gelesen, dass der Speichel antibakteriell sein soll Und es auf jeden Fall keinesfalls gesundheitsschädlich ist oder irgend sowas Sofern die Katze natürlich gesund ist, ist beim Hund übrigens dasselbe Wird GTA 5 mein Leben zerstören? Hallo liebe User, wie ihr alle wisst, kommt morgen das Spiel GTA 5 in Deutschland auf den Markt Nun habe ich zwei Möglichkeiten, entweder Abi oder GTA 5 Könnt ihr mir helfen? Ich meine, GTA ist so toll, aber Abitur... Hm... Wer braucht sowas heutzutage noch? Alles überflüssig, ich tendiere eher zu GTA Und ihr? Ja, ich weiß Abi braucht man fürs Leben Aber GTA auch Falls jemand meinen PC-Namen braucht GTA 5 Lover 32 Uiuiui Abi braucht man fürs Leben, aber GTA auch Da musste ich mir fast ein bisschen ein Lachen verkneifen Stellt euch einfach mal vor, ihr habt jahrelang an etwas gearbeitet Und schmeißt es dann einfach von einem auf den nächsten Tag hin Weil irgend so ein Spiel rauskommt Ich meine, GTA 5 ist ein tolles Game so Aber einfach kein Fick auf den Abi geben deswegen Ist schon ein bisschen krass Mich würde interessieren, für was er sich letztendlich dann entschieden hat Für GTA 5 oder fürs Abi? Wieso würde er im Schlaf nicht wach, wenn ich ihm einen runterhole? Hallo miteinander, ich habe eine Frage Ich war die eine Nacht total geil und wollte mit meinem Freund schlafen Da er geschlafen hatte, wollte ich ihn dann geil machen Hallo erstmal Ich meine, es gibt da nichts Geileres, als so geweckt zu werden Wirklich? Doch leider wurde er irgendwie nicht wach Ich konnte machen, was ich wollte Ich habe ihm eine gefühlte Stunde einen runtergeholt Er war auch steif, aber er wurde nicht wach Du hast deinen Freund vergewaltigt Wenn er das mit dir gemacht hätte, dann hättest du geschrien Im schlimmsten Fall könnte er dich anzeigen Das war keine gute Idee von dir Wie sehr kann man auf Schlaf verzichten, um mehr Zeit fürs Leben zu bekommen? Habe keine Krankheiten etc. Nur eine allgemeine Frage Du könntest natürlich auch einfach mal Ecosia fragen Aber die Frage hier auf gutefrage.net zu stellen Ist natürlich einfacher Soll man schlafende Hunde wirklich nicht wecken oder ist das nur eine Metapher? Nein, 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 keinesfalls Wenn du den Hund im Tiefschlaf weckst, dann wird er zum Wehrwolf und wirklich zerfleischen Finger weg Warum stellt man so eine Frage? Also, ich würde es genauso gut fragen Soll ich meinen Bruder nicht wecken oder ist das nur eine Metapher? Lass doch den Hund einfach ausschlafen, oder? Spinne versteckt sich Was tun? Hallo Leute, ich habe eine wichtige Frage In meinem Zimmer versteckt sich eine Spinne und dadurch kann ich nicht schlafen Weil die auf mir gekrabbelt ist Hat jemand eine Idee, wie ich die aus ihrem Versteck rocken kann? Rocken kann Alles klar Bedarf, Mörtel! Hat jemand eine Idee, wie ich die aus ihrem Versteck locken kann? Ich würde einfach die Tür barrikadieren und im Wohnzimmer schlafen Sofern die Spinne noch in dem Zimmer ist Ansonsten würde ich mir eine neue Wohnung suchen Und die letzte Frage für heute Ich muss immer in der Schule kacken Die Frage haben übrigens 13.500 Leute angeschaut Also mir ist das echt peinlich Also bitte nur um ernsthafte Antworten Es begann alles vor zwei bis drei Jahren Irgendwann musste ich in der Schule kacken War nicht so schlimm? Muss jeder mal, dachte ich Hab's mir oft verkniffen Ab und zu bin ich gegangen Dies fand ich sehr eklig Schultoiletten, kein Klubabier etc. Kann man verstehen Heute hat sich das so weit entwickelt, dass ich sogar früher aufstehe Nur damit ich morgens aufs Klo gehen kann Und in der Schule eben nicht Das klappt aber nur jedes dritte Mal oder so Immer wenn ich auf dem Weg zur Schule bin Oder nur aus dem Haus gehe Zur Schule muss ich kacken Das ist richtig schlimm Manchmal kack ich zu Hause dreimal und muss später wieder Da denke ich mir Wie viel kann ein normaler Mensch eigentlich scheißen? Das ist einfach zum Kotzen Und das behindert mein Leben ungemein Was kann ich machen, damit ich mein Leben wieder genießen kann? Auch wenn die Frage jetzt echt mal kurz wieder unter die Gürtellinie geht Möchte ich da mal noch meinen Scheißen zu geben Und zwar ist es eigentlich möglich, dass man sich so einen Rhythmus angewöhnt Also dass man halt, wenn man jetzt jeden Tag so um 6 Uhr in der Früh quasi aufs Klo muss Sein Geschäft verrichtet Kann man sich daran gewöhnen, dass man das regelmäßig um die Uhrzeit macht? Weil ich hatte das mal eine Zeit lang, dass ich so jeden Tag so um dieselbe Uhrzeit musste Aber Ist jetzt egal Ich lese mal diese Antwort hier vor Ich würde mich dann zu Hause erstmal richtig ausscheißen und dann losgehen Wenn das nicht funktioniert, würde ich mir Windeln kaufen Dann kannst du sogar während des Unterrichts ungestört und ohne Probleme einen abseilen Nein, danke Gut, aber jetzt müssen wir hier aufhören Nicht, dass ihr hier noch eine Überdosis an Scheißebedarf von mir bekommt Das wollen wir auch nicht Leute, wir sehen uns nächsten Dienstag Wenn ihr mehr von dem Shit hier sehen wollt, dann checkt unbedingt die Playlist in der Beschreibung aus Ansonsten habt eine wunderschöne Woche Danke fürs Zuschauen und haut rein Ciao Ciao